ein packtastos hallo willkommen zurück zu einem neuen video wir befinden uns mal wieder auf hypixel und ihr habt das schon am titel gesehen wir spielen heute wieder ein paar challenges in skywars und heute wird es nämlich ein bisschen schwieriger denn wir spielen heute skywars nur mit fünf herzen freunde ja und ich kann das natürlich nicht alleine machen weil ihr wisst ist ich bin ein noob im pvp deswegen habe ich meinen kleinen praktikanten mit dabei die pixel hallo und ja mit dabei auch meine zigzag v4 kosmetik dran ihr wisst das badline storm download blink unten in der video beschreibung und ich würde mal sagen wie schnackt man nicht lange drumherum wie starten direkt rein und gucken mal ja was heute passiert und das sind wir auch schon in der runde und jetzt ja ihr seht das herausforderung halbe gesundheit wir haben nur fünf herzen ich wünsche dir mal viel erfolg ich sehe dich da vorne ich wünsche dir auch viel erfolg und ja wenn ihr wo bist du ich sehe dich aber wenn ihr in zukunft mehr skywars und challenges sehen wollt dann lasst gerne ein like da und ja abonniert gerne den kanal für mehr challenges schade ich habe ihn nicht erwischt und ja wenn ihr außergewöhnlichen englischen content sehen wollt dann könnt ihr auch gerne bei wie gesagt meinen praktikanten jetzt vorbeischauen der gerade hier anfängt lol zu spammen was habe ich passiert scheiße ja ja soviel dazu kommt die pixel pov wieder im einsatz ja soviel dazu du willst jetzt gewinnen ausnahmsweise mal oh gott oh gott ja im letzten schock ja nochmal bei der letzten skywars jetzt sind es vorbei da hat nämlich dieser nervige boost spammer gewonnen und jetzt krieg ich es von beiden zwei seiten auch noch ja ach dicker Oh, ich liebe es. Ja, ich hab nen Kill gemacht. Ich hab sogar den Erfolg freigeschaltet. Wie geil, ich hatte 50 Spieler im Solo-Modus in Sky Wars. Geil. Ich hab ihn einfach runtergebockt. Einfach auf die lameste Art und Weise, Freunde. Es geht doch, Pekka-GHG. Oh, noch nen Kill, Ladies and Gentlemen. Das war ne zweite. Ach ja, Pekka-GHG in seiner Prime. Der Typ hat einen Kill geklaut. Das ist geil. Da hab ich einen anderen. Hihi. Pixel hat jetzt die Möglichkeit, das Ding hier zu gewinnen. Warum hast du jetzt 20 Herzen eigentlich? Wie, ich hab 20 Herzen? Bei mir wird angezeigt, dass du 20 Leben hast. Hast du die Challenge gar nicht aktiviert? Gut, damit kann ich direkt in die nächste Runde gehen, weil es zählt nicht. Pixel hat einfach geschummelt, Freunde. Ich hab vergessen die Challenge. Aktivier die Challenge. Also, der Praktikant hat geschummelt, Freunde. Und ich dachte schon, hast du in der ersten Runde auch geschummelt, oder was? Nein, in der ersten Runde hab ich's ausgewählt. Ich wundere mich gerade. Warum? Oh mein Gott. Ah ja. So sieht's aus. Der Wunder, dass der Typ so lange überlebt hat die ganze Zeit. Ah ja, Pixel. Ich hab deine Spielchen durchschaut. Was für Spielchen? Ja, 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 ja. Ich war aus Versehen. Ja, 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 ja. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er hat auf den Bogen. Pixel, vergiss nicht, was du noch sechs lebt. Oh. Wir sind immer... Oh, ich bin zwar wirklich dritter Killer geworden. Wir sind immer so knapp. So knapp davor. Ah, du wirst mir Erfahrung geben. Ich hab selber Erfahrung. Du doch, ich geb dir doch gar nix mit dir. Oh Gott. Ja. Ich weiß nicht, ob das der Hacker war. Ich hab... Geil. Was passiert? Ich hab den Typ da gekillt, der gebridged hat. Ich weiß nicht, ob das der Hacker war. Aber... Wie hat er gebridged? Der, der hat sich ganz komisch bewegt. Dann ist die Chance hoch, dass der was war. Ja. Ich bin abgeschmiert, Freunde. Und damit beende ich auch das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieses kleine Bestoff von den Scare Wars Challenge. Äh... Ja. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ich beende das Video jetzt an dieser Stelle. Pixel dreht jetzt völlig am Rad. Es ist... Ja. Passt zu dem Video. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag, Freunde. Hau rein. Und so... Leute. Bye, bye.